du bist der typ von eben super wenn er und tschüss so und hier bist du ein schlechter verlierer ja es ist Yo! Dann können wir Mortal Kombat spielen. Auch ohne Block, ohne Frames und alles. Einfach rein. Einfach. Wer zuerst drückt, drückt zuerst. Oder wer zuerst drückt, hat die Buchse braun. Ist Abdallah Ahmet, Jannis? Ist das ein Batman-Logo oder sind das Zähne, die auf einen Arsch-Titten zugleiten? Ich meinte natürlich Gluteus Maximus-Mama. Also ich hätte im ersten Mal gesagt Batman-Logo, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich fühle mich verunsichert. Er hat dich gemisst! Ich hasse den Typen. Puh! Wild. 19-0! Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Hat doch nicht Spaß gehabt. Ist aber auch immer abgehauen da in dem richtigen Moment. Du, die werden gedacht haben, dass wir gegen die fallen, hätte ich aber auch nicht gedacht. Tja! Tja! Komm an, deine Sohn! Haha! Du kannst doch sein eigenes Beard! Oh! Oh! Johannes getötet! Ups! Oh! Oh! Der Gen ist getötet! Oh! 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 so ist man es dennoch hallo das ist cool Ich kann nicht helfen, wenn ich eine Ausdauere habe. Oh nein. Da bin ich! Sehr gut. Ja, wie oft will ich da noch rein? HELLO! Ich habe gerade so geguckt und dachte, der Kyoshi sieht gar nicht schlecht aus. Ja, ich blödkopp, weißt du? Den Weibern auf den Arsch gucken? Nein, kämpfen. Keine Ausdauer! Guck mal, ich habe am Startpunkt nur Roshi gefunden. Ich habe auf sie gekämpft. Oh, da sind drei Gegner. Ahne, ich komme! Halt durch! Krieg Rache! Block! Verteidiger! Ich komme mit Angst in Person! Oh, der steht auf Flippen. Nein, ich hätte ihn beinahe gehabt. Arrrr! Ja, Conqueror, freu dich nicht zu früh. Dein Rework kommt und dann bist du scheiße. So wie du spielst zumindest. Dennis! Dennis, tragen! Trag ihn! Warte! Wie, wie, wie... Brrrr! Hab ihn! Bleib mal liegen, ne? Würd ich schaffen. Vielleicht soll ich auch aufhören, ständig beim Zocken zu rauchen. Vielleicht mehr das bei der Konzentration. Oder ich kann aber nicht aufhören, Abel. Ups. Nur doch einfach aufzuzocken. Das ist die denn? Logische Alternative. Erstmal einen Deflect habe ich kassiert. Der ist totgespampt. Oh! Sorry! Echt, für alle Leute, die auf dem Boden liegen, greifst du mich an, der denen nichts getan hat. Ich war so friedlich und harmlos. Du hast zwar einen toppe, ich will mir Kasseter, aber das ist ja nichts im Vergleich. Ha! Sie kommen wieder. Oh! Shinobi! Oh, noch was! Ja, komm, ich glaube, ich bin nicht weit. Ja, einfach instant tot war! Okay. Ich... ...bleib bei A stehen. Was ist eigentlich nichts hier? Weglaufen und überleben. Meine Güte! Ja, natürlich! Ja, natürlich! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Nein! Oh, Weg der war jetzt schon richtig ertragreich. Ja, hat Poir mir Ascht überlegt. ich habe nur so lange nicht gespielt wie soll ich spielen ausweichangriff top light gewinn das einzige das einzige was ich dir ans herz legen ja dann ist die taktik auf jeden fall ausweichangriff top light 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 sehr schön warte den ton treffe ich auch ne bitte nicht das wird ein spermium was du da bedienst ja das ist jetzt mal bis hin gehört das ist jetzt rechts neben am bein ein rechtstheker ist klar ich trage auf dem sperium immer recht diese unterhaltung bei diesem gameplay großartig oder war ich etwas zu früh dran mit meinem paint oh sorry drauf springen drauf springen schon teil tbekt erstmal ok zu c war komm ausweichangriff da bin ich gedacht da bin ich gedacht wenn du aufgesprungen bist der traut sich nicht mich anzugreifen und wieder die zone pariert er war und warum wohl ja warum wohl und mann der tut mir so leid ey ich glaube ich ist warum man das ist beschissen ich mache es mal frei hier immer wieder erstaunt und ich muss es immer wieder sagen leute der charakter macht mir so krassen spaß und es bringt nichts ihn zu spielen ja das ist vielleicht das schlimmste daran so aber das habe ich jetzt schon mal am blacke bis geht ich bin ein bisschen durchhalten ich bin gleich da obwohl das ist schon mal gut ja ja ich habe hier nicht die kenze ich habe die gerade die haben mich nicht mal getroffen so der eine ist tot mein bogen hat er mich nicht da hoch rennen sehen infektion ja alles gut die weichen in die selbe richtung aus er kann sein indikator unsichtbar und damit hast du das sanuduell eindrucksvoll verloren sagen wir wieder hier ganz gut 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 ich hab sie überlebt Und die haben C. Das war gut, Gladiator. Dass du ihn vom Punkt geschubst hast. Damit ich heilen konnte. Nein! Ich stand nicht mal drinnen im letzten! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR